Hallöchen, heute sind wir im Level 5 von Angry Birds 2. Checken wir einfach ab, was wir da so reißen können. Ich bin gespannt. Oha, hier sieht es auf jeden Fall schon ein bisschen anders aus. Ich würde sagen, nehmen wir als erstes Chuck. Gruppen den da unten drin. Ey. Naja, ich hoffe es reicht. Nicht wirklich. Doch, 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 doch. Krasse Sache, hätte ich jetzt nicht gedacht, das würde dreißen. Sah jetzt nicht so bombastisch aus, aber gut. Alter, die bin hier ab. Dieser Boss ist stark, gib alles, okay. Muss ich erst mal gucken, was wir hier so reißen können. Ist denn das eine Tonne? Ah, das da oben, das hätte man auch kaputt machen können. Alles klar, weiß ich Bescheid. Aber trotzdem haben wir das gerissen, wa? Hallo? Jo, schönes Ding, schade, dass wir den nie gleich erledigt haben, aber so haben wir es auf jeden Fall doch noch hier gepackt. Schade, dass wir es nicht mit Emil geschafft haben, aber wie gesagt, damit können wir lehnen. Schönes Ding, wie viele Punkte haben wir, haben wir die drei Sterne am Start, jo, die haben wir, Level 5 haben wir erledigt, von daher ist soweit alle schick. So, im nächsten Level sehen wir uns dann auf jeden Fall im nächsten Let's Play, Preise für die ersten Spieler, die das Spiel unterstützen. Abholen, ne, kosten so eine Edelschnecke, sie sind ja alle Tag. Ja, okay, alles klar, wissen wir Bescheid. Gut, soweit sind wir erstmal durch, würde ich sagen. Wo jetzt weiter im Level 6 im nächsten Let's Play. Ich wünsche euch was, bis dansen, tschüss. Gut, soweit sind wir.